alles okay wieso sehe ich etwa so aus das mit logo war nicht unsere schuld und wie wollen wir vorgehen wir töten alles was sich bewegt klingt nach einem plan und damit hallo und willkommens zurück zu spack ups the line in vorletzten level aha bereit wieso nicht keiner lebt ewig dann mal los erst mal wieder die mausgeschwindigkeit richtig einsteigen damit ich auch scheibe nur ein sohn Stift gezogen! Ach, fack. Wir haben einen Treffer! Au. Ja, verfluchte Scheiße! Kann nicht weiter! Verdammt, wir brauchen ein Zeichen! Gegner erledigt! Und abmacht! Da bewegt sich einer! Schrotfinde im Einsatz, aufpassen! Schaut weg! Ewig. Au. Passt auf, die Scheiß-Schrotfinde auf! Alles okay, ich steig fest! Lade nach! Verdammt! Muss nachladen! Warum ist der Typ auch so bescheuert und geht da vor? Diese verdammte KI! Diese Scheiß! Warum? Warum ist der so dumm? Warum muss eigentlich mein Bot so dumm sein? Kannst du nicht auch schlauer werden? Dadurch, dass die NPCs ja auch schlauer geworden sind? Mit dem Schwierigkeitsgrad? Bin ich dafür da, um dich zu heilen? Okay. Mach du den weg! Ja, mach der auch gern so weg! Das war für Lugo, du Wichser! Muss nachladen! Geht mit Deckung! Achtet auf die Schrotfinde! Lade nach! Wir brauchen ein Sand! Noch einer! Nichts! Ah! Weil mein Charakter ja verziehen muss, wenn er drauf nicht schießt! Was? Oh mein Gott, Mann! Ja, darf ich sicher wieder was kratten? Das hat schon so lange gedauert. Einen Part werde ich wahrscheinlich nicht dieses Lavier schaffen, dafür ist es aber zu schwer. Ja. Nein, die holtest du in der Deckung! Ich brauche hier Hilfe! Da kommt denn, Sonny! Weg, Hester! Ich werde hier plattgemacht! Musst nachladen! Flankiert sie! Los! Alles klar. Der ist in diesem Scherz Holz. Oh. Oh. Verdammt! MUST NACHLADEN! Da bewegt sich einer! Umgeht sie! Wissen wir wohl nicht sagen, dass das hier noch Damage macht. MUST NACHLADEN! Wir sind schwer unter Beschuss! Kanate fliegt! Ja, alles klar. Ich weiß, dass man sehr unsterblich, während man jemanden heilt. Da bewegt sich einer! Mit der Deckung, bewegt dich! Hier wurde ein Mann getroffen! Der ist tot! Vorrückenbewegung! Aber letztes Mal warst du definitiv unsterblich. Wer ist ungeschützt? Ich meine, du konntest dich mit einem Ding inzweiten, ne? In einem schweren Schufer. Und jetzt stirbst du, weil du nicht in Deckung gehst von jemandem, der dich angreift. Tendo am Boden! Links! Da kommt noch mehr aus dem Gebäude! Okay. Hm. Ich könnte hier jetzt schon ein paar schmeißen. Okay, ich versuche ganz am Rand zu gehen und hoffe, dass der Typ einfach nicht rein rennt. Ach so, da hinten ist ein Geschütz, okay. Passt auf die Schrotflinte auf! Schlendel diese Wecker! Schlendel diese Wecker! Haltet sie mir kurz vom Leib! So. Ah, noch einer. Ja. Ich habe dieses Geschütz. Aha! Ja! 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 Einmal kurz cottest. Alles klar! Vorrücken bewegt! Ja! Ach! Verfluchte Scheiße! Ich brauche Hilfe! Gegner erledigtệt! So. Noch einer! Warte mal, ist jetzt ein anderer? Ja, ist Feind ausgeschaltet! Tutor ist noch offen, ja, okay, dann komme ich immer noch zu Moni. Okay, ich hole mir mal ein bisschen Moni und nehme einfach mal die anderen Granaten hier mit. So. Fünfzehn war da drin, okay. Okay, gut. Langsam vorrücken. Ist hier die Wiese? Ah ja, da ist der Gegner. Der ist tot! Lade nach! Halte sie mir vom Leib! Ja. Es ist immer komisch, wenn das Projektil irgendwo gegenfliegt, wo es auf jeden Fall nicht so aussieht, wie es könnte. So? Wie ist die Tasche da einfach runter? Okay, da ist wieder Moni. Da seid ihr... Ich weiß nicht. Ich hab ja eigentlich ne sehr gute Waffe. Ja. Hm. Okay, nehmen wir noch die Moni mit. Hörst auf die Schrotflinte auf! Ja, genau. Ist ohne Deckung! Einer kommt aus der Deckung! Und Feuer! Blende diese Wegfahrt zu! Ich komm nicht weg! Verdammt, Walker, schaff mir die Kerle vom Hals! Du solltest halt nicht da vorne rumlaufen! Muss nachladen! Gib mir Deckung! Lade nach! Gott verdammt! Lade nach! Gib mir Deckung! Komm! Hab ihn! Hör dich dran! Oh komm! Komm her, du scheiß Kerl! Steh auf! Oh! 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 Hör dich nicht schlimmer für mich! Der andere kann ja nicht einfach, äh... Hedgern! So fern ich denn den Unfall! Nein, getötet! Sie sind hier! Waffe, Granate! Ist der Zug genug für dich? Anscheinend halten die ein bisschen mehr aus. Die sind irgendwie nicht One-Hand mit dem Kopf. Zumindest nicht aus dieser Waffe. Die Hedgern doch nie! Weil der kann viel besser zählen. Also ich würde nicht die Deagle dafür nehmen. Da müssen wir rein! Kann man nicht einfach von hier aus auf die Brücke klettern? Ich mein ernsthaft, das wäre wesentlich chilliger. Schieß bitte kaputt! Ich hab den Hurensohn! Verdammt! Muss nachladen! Rück hervor! Vorbosten! Wiederhole! Sieh ihn hier! Er ist ungeschützt! Ich will ihn tot sehen! Kill bestätigt! Ach, gut so. Zwei Kugeln pro Kill ist nicht optimum. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß! Komm! Wir müssen die halt alle umbringen. Haftgranaten. Walker, beweg deinen Arsch! Sehr viele Granaten, ich glaub. Lol. Kaum bin ich hier reingegangen, ist die Wand zu. Komm jetzt, Walker! Ich erinnere mich noch mit. Okay, 60 ist erstmal Max-Munition. Mach's auf. Ja, mach's auf. Unser Türöffner. Ja. Alles klar. Oh. Sequenz. Warte mal. Ja, das war der Phosphorpunkt. Servus. Willkommen in der Hölle, Walker. Wir haben sie erwartet. Servus. Walker, was machst du denn? Scheiße, was? Walker, wir müssen den Mörser zerstören! Noch ein Schuss aus dem Mörser und wir sind hin! Schalt ihn mit der RPG aus! Ich beschäftige die Kerle! Verdammt! Muss nachladen! Mörser zerstört! Mörser zerstört! Lade nach! Passt auf die scheiß Rotfinde auf! Wir müssen das Nest ausheben! Nein! Ah, ich wollte dich doch headshoten! Okay. Aber hier wahrschätze ich mal ein Checkpoint. Richtig. 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 Siehst du das Arschloch? Mörser zerstört! Mörser zerstört! Andi entgegen! Schrotfinde im Einsatz! Aufpassen! Wir müssen das Nest ausheben! Von vorn auf der Selbstmord! Gehen wir dort links in Deckung! Da bewegt sich einer! Er ist ungedecht! Abknallen! Mist! Warte, ich muss... Okay. Ich wechsle meine Deckung auf da an der Seite. Weil wenn da so viele Gegner von da kommen, kann ich mich nicht da in Deckung... Kann ich mich nicht so in Deckung stellen, wie ich hier in Deckung gespawnt bin. Das... das haut einfach nicht hin. Das ist einfach nur der reinste Selbstmord. Hey! Schau die Mörser zerstört! Schau die Mörser zerstört! Andi entgegen! Passt auf die scheiß Rotfinde auf! Wir müssen das Nest ausheben! Von vorn ist der Selbstmord! Gehen wir dort links in Deckung! Der Idiot ist ohne Deckung! Bewegt dich! Lade nach! Ab! Ab! Noch ein! Ich werd hier platt gemacht! Er probiert's! Lade nach! Gib mir Deckung! Scheiße! Ich kann ihn in ihre Köpfe nur wieder sehen! Ja mach's gar nicht! Einer kommt aus der Deckung! Hab ihn! Gefällt dir das? Und jetzt? Wont wir los da... Wotermix! Er ist ungeschützt! Kann nicht weiter! Okay. Pizza-Halle. Ei, Gott. Na, fuck, Mann. Ich hab mir gerade schon so gedacht, hä? Stirb doch. Kannst du das da zerstören? Eine klare Sicht. Ich brech ab. Was ist mit dem da? Das ist es nicht wert. Ich brech ab. Was ist mit dem da? Mach den fertig! Ich lege ihn um! Renate, Luft auseinander! Volltreffer! Das hält mich auf! Fuck. Kannst du ihn ablenken? Das ist es nicht wert! Ich brech ab! Ja, aber kannst du ihn nicht ablenken? Ich kann ja auch nicht! Also, wie kann das hier? Ist er tot? Feind ausgeschaltet! Was soll denn das? Da ist doch genau der Punkt! Da ist doch genau der Zwischenraum zwischen dem Dingens, seinem Kopf und der Decke! Brauch mehr Zoom! Brauch stärkeren Zoom! Hey! Ich brauche hier Hilfe! Komm! Nein! Wir geben nicht nach! Wir müssen das Nest ausheben! Von vorn ist das Selbstmord! Geh in die Doppel! Wir sind der Kuh! Passt auf die scheiß Rotfülle drauf! Wir sind schwer unter Beschuss! Okay, ne, da ist keiner. Fuck! Ähm, ja, mhm. Jut, ich muss jetzt wieder nach da hinten, wie ich gerade eben war. Verdammt! Geh ihm nicht nach! Geh da und... Geh da! Wieso gehst du denn nicht in Deckung? Ich bin noch an diese Wand drangelaufen! Und dann läuft er noch ein bisschen weiter. Und ich denke mir so, geh jetzt in Deckung, geht ja an dieser Wand! Aber nein, er stirbt einfach. Ich bin herzlich hàng spectator! Und da bin ab. Aber nee, ich, ich bin einfach. Vielen Dank.